Sorry Leute für den kleinen Re-Upload, ich meine Hose ist offen, egal, wir haben echt die Schlüsselszene des Videos eben vergessen, deshalb müssen wir es nochmal neu hochladen und eine ganz ganz wichtige Info, ja, wenn ihr das Video geschaut habt, kommt unbedingt auf Twitch vorbei, Papa Platte, Trimax und ich werden jetzt gleich beim Trio-Turnier, Tryharden S, Leute, wir werden uns Gottverdammt nochmal qualifizieren, ja, also, ungefähr 15.30 Uhr bis 18 Uhr läuft der Stream, meine Freunde, wir werden gucken, dass wir innerhalb dieser Zeit wirklich die 300 Punkte plus die Quali hinbekommen, schauen wir mal, ob das funktioniert, lasst auf jeden Fall ein paar Grüße in den Kommentaren da, sorry für dieses kleine Malheur eben mit dem Video und wir sehen uns jetzt gleich auf Twitch, ich möchte jeden von euch da sehen, Lost eSports braucht euch, meine Freunde, bis gleich, ciao! Mein Gott, ey, er ist disconnected, ich hasse ihn, Digga, ey, das kann doch nicht jetzt schon wieder so losgehen, Mann, ach, Stein, ey, Alphastein, 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 wenn ich du wäre, würde ich mich jetzt bereit machen. Wenn ich du wäre, würde ich dich... okay. Was? Alles gut. Ja, sehr schön, wunderbar, danke dafür, Alter. Junge, 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 ich weiß nicht, ob das eine gute Idee wäre. Wenn ich du wäre, würde ich in Tilted landen. Ja, ist kein Problem, wenn ich du wäre, würde ich mit mir in Tilted landen. Okay, süß. Ja, sehr schön, wieso spielen wir eigentlich No-Skins? Nein, die Idee. Ja, alles klar, gut, Steu... ach, Gott, ich... Steuern! Steuern, ja, hast du deine Steuern gezahlt, Stein? Hä, was? Deine Steuern, zahlst du die? Was ist das? Gut, Alphastein, wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt ganz schnell meine Steuererklärung machen. Ich würde sagen, wir landen gemeinsam in Tilted, weil wir es müssen und dann läuft der Hase auch schon. Okay, los! Ja, noch nicht, also es geht noch nicht los. Okay. Ich hasse, Neo-Tilted zu landen, Digga, ich hasse es, da zu landen, wirklich, Alter. Das ist so nervig, Mann. Wenn ich du wäre, würde ich du mit der rechten Hand spielen. Hä? Ja, dann kann ich ja nicht laufen. Ja, mit der rechten Hand kannst du auch die Tessatur bewegen. Halt dein Maul. Ja, Junge, was ist das denn für ein Trash, Alter? Wie soll ich das denn gleichzeitig machen? Los, wach. Ja, Junge. Gut, Linke eines oben, Leute. Wie wisst, wie es läuft. Macht es Spaß? Nein, macht es nichts. Wie süß. Ja, Junge, ich brauche erst mal richtig lange, bis ich gelandet bin, Alter. Ja, Junge, ist ja komplett affig. Ist ja wirklich komplett affig, Alter. Stein, wenn ich du wäre, würde ich diese Runde nicht springen. Easy. Ist ja nichts zu anfangen. Oh Mist. Ja, packe ich. Kein Ding für den Kick. Gut, Stein, ich kämpfe unter der Treppe, weil ich mich sonst nicht bewegen kann. Wenn ich du wäre, würde ich mir deine beste Waffe geben. Ich habe nur eine. Und ich kann nicht zu dir kommen, dann bin ich tot. Dann komme ich. Ich habe beide tot. Mit der rechten Hand. Ja, mit der rechten Hand. Ich bewege mich halt nicht. Loll. Bist ja voll gut. Nice. Ich habe noch einen tot. Ich bewege die ganze, ich nehme die ganze Zeit nur die rechte Hand. Ich bin die ganze Zeit nur die rechte Hand. Ich hänge die ganze Zeit unter der, unter der, unter der Wand. Stein, kann ich bitte wieder meine normale Hand nutzen? Bitte. Beste Waffe, gib mir jetzt die beste Waffe. Okay. Und da hinten liegt noch eine. Da, da. Kann ich jetzt bitte wieder meine andere Hand nutzen? Alter, Junge. Junge. Verf*** mal drei Kills mit einer Hand, Alter. Easy für mich. Das ist der geheime Trick. Ja, ja, das ist der geheime Trick. Stein, bist du gesprungen diese Runde? Äh. Bist du dir sicher? Ja. Okay, gut. Denk dran, du darfst nicht springen diese Runde. Okay, Stein. Ich glaube, du bist wieder dran tatsächlich. Okay, gleich. Ich habe eine gute Idee, aber gleich. Möchtest du ein Mini haben? Hier, warte mal. Wenn ich du wäre, würde ich den nicht nehmen. Loser, Alter. Bist du cool? Wenn ich du wäre, würde ich den nicht nehmen. Unter uns. Einen down. Habe ihn. Lack, alles lack. Ja, wahrscheinlich, oder? Wenn ich du wäre, würde ich mir Minis geben. Oh, Junge, Alter. Unnötig. Hier, nimm. Mein Gott, Dicker. Nichts ist unnötig. Natürlich ist das unnötig. Nein. Stein. Es läuft sehr gut bis jetzt hier mit dir. Das ist deutlich besser als mit der Wife. Lieber mal einfach die alte Pump. Mit Profi, ja. Ja, ja, das bist du. Ganz genau. Danke dafür. Stein, wenn ich du wäre, würde ich tatsächlich... Hast du die Nummer von der Wife? Ja, hast du, ne? Ja. Wenn ich du wäre, würde ich mal ganz kurz der Wife anrufen und ihm sagen, dass du nie wieder mit ihm ein Wort reden möchtest. Okay. Call him. Los, call him. Hattest du eh nicht vor. Ja, gut, das passt ja. Das ist ja noch eh nicht schlimm. Also, ich meine, das ist eigentlich keine Bestrafung. Eigentlich ist das eine Sache, die dir ganz gut tut. Ja, Moment. Ich rufe an. Chill. Ja, mach mal. Hoffentlich geht er dran, Alter. Denk aber schon. Oh, damn. Ich glaube, er geht nicht dran. Ich glaube, er hasst dich. Okay, Alpha Stein, wenn der nicht dran geht, rufst du ein Crymax an. Nein. Mann, der geht nicht dran. Raffst du es, Stein? Ruf ein Crymax an, komm. Ein Crymax. Das geht gut. Ich will nie wieder Videos mit dir machen. Wie können wir machen? Nein, nie wieder. Ach, nie wieder? Ja. Warum nie wieder? Ich mag dich nicht mehr. Bitte ruf mich nie wieder an und blockier mich, okay? Ja, das passt, Stein. Leg auf. Komm, leg auf, leg auf, leg auf. Nein, ich kann nicht mehr. Sehr gut, Stein. Sehr schön. Sehr schön, Alter. Sehr schön. Du musst sehen, was davon heißt. Junge, Alter. Ich glaube, der Crymax war gerade ein bisschen heiser. Kann das sein? Ja, er war traurig. Ja, ich habe es gehört. Okay, Stein, es geht weiter. Wenn ich zu wäre, würde ich jetzt auf Toilette gehen, Toilettenpapier holen und um deinen Kopf wickeln. Junge, Alter. Los. Ja, Moment, ich baue mich ein. Geh kurz rein. Geh. Ey. Ja, ich geh doch. Ich will, dass die Zuschauer nicht auslachen. Los. Ja, okay. Geh nicht. Alter, steh. Okay, Stein, bitte. Um den Kopf. Genau. Los, mach. Ja, Digga, das reißt die ganze Zeit. Warte mal. Ja, was hast du für ein Toilettenpapier? Zweiseitig oder was? Die sind immer zweiseitig. Man kann das von beiden Seiten benutzen. Ich habe vier. Es gibt kein vierseitiges Toilettenpapier. Es gibt viel laglich. Ja, weiß ich doch. Alter. Gut, Stein, ich habe es um den Kopf. So, komm. Springen wieder. Das passt schon. Okay, Stein, wenn ich du wäre, würde ich tatsächlich jetzt diese beiden Gegner komplett losschießen und mir den Kill überlassen. Auf geht's, Digga. Easy. Wo sind die? Oh mein Gott. Das sind Loops. Hol die. Ich habe die Loge gemacht. Wirklich? Hiel mich. Nein, das musst du mir schon sagen. Wenn ich du wäre, würde ich mich hielen. Ah ja. Jetzt reden wir. Jetzt reden wir miteinander, Stein. Gegner bei mir. Fertig. Stein. Der ist low, der ist low. Über dir, über dir. Du wirst es nicht schaffen. Stein. Der wird mich für nicht so. Stein. Oh mein Gott, du bist so ein Depp. Oh mein Gott, bist du schlecht, Alter. Junge, bist du ein... Ey, guck dich mal an, du Bot. Wie spielst du denn? Hol mal eine Karte unten, du Idiot. Wenn ich du wäre, würde ich meine Karte jetzt holen. Hol doch meine Karte, Mann. Da rechts, du Trottel. Vor dir. Oh mein Gott, du wirst sterben. Ey, Junge, Stein. Wir hätten das so easy. Über dir. Ey, Junge. Alter, wie kann man so schlecht in einem Spiel sein? Das ist unfassbar peinlich, was du hier gerade machst. Fuck, ich bin gut. Nein, der wird dich holen. Stein, ich schwöre, du bist so unglaublich schlecht in dem Game. Weißt du was? Wenn ich du wäre, würde ich mich jetzt hochbauen und einfach runterspringen. Bau dich hoch. Spring einfach runter. Und jetzt spring. 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 Einfach, damit du den Wind nicht bekommst. Sehr gut, Stein. Wunderbar. Okay, bist du bereit? Ja. Wenn ich du wäre, würde ich nur noch sneaken. Was? Sneaken. Nur noch sneaken. Aber springen darf ich ja schon noch. Dann muss ich mich nur direkt wieder hinknien. Ja. Alles klar. Stein, wenn ich du wäre, würde ich ganz kurz jetzt Twitter öffnen, einen Tweet schreiben und dich dafür bedanken, dass ich tatsächlich der Typ bin, der dir alles ermöglicht hat und dass du unglaublich dankbar bist, mich kennengelernt zu haben. Ach, gut gemacht. Sehr schön. So lobe ich mir das. Ja, fertig. Guck. Bin dir so unglaublich dankbar für alles. Du bist ein netter Mensch und der allerbeste. Danke, dass du mir geholfen hast. Einfach so gut. Danke. Okay, den Screenshot ich mir direkt mal. Danke dafür, Stein. Den druck ich mir aus und hänge mir den ins Büro. Sehr schön. Gut, jetzt muss ich die ganze Zeit sneaken, Alter. Nervig. Gut. Nicht du wäre, würde ich jetzt sagen, was für ein toller und wunderbarer Mensch ich bin und der Rest dann die Gefühle einfach raus. Also, ich soll sagen, dass du ein toller und wunderbarer Mensch bist und dann soll ich meine Gefühle rauslassen? Ja, aber die netten. Die positiven. Und einfach mal gesagt haben, dass Alphastan wirklich der Netteste und ja, einfach einer der coolsten Menschen ist, die ich bis dato kennenlernen durfte. Wisst ihr, das ist halt einfach jemand, der immer da ist, wenn man Hilfe braucht und Zeit für einen hat. Und Alphastan ist einfach ein Gottverdammter Ehrenmann. Das kann man nicht anders sagen, Leute. Alphastan ist wirklich jemand, den man in seinem Leben braucht, weil er tut halt einfach gut. Und es ist schön, ihn zu haben als Freund und Mitspieler. Es ist einfach toll. Ich mag dich auch. Ja, super. Dann halt doch das Maul. Bleib stehen. Oh, auf Ehrenbasis. Ja, auf Ehrenbasis tatsächlich. So einer bin ich. Wenn ich du wäre, würde ich so lange, bis ich sage, jetzt reicht's. Und Hunde bellen mit mir kommunizieren. Kannst du bellen, Stein? Ja, ganz genau. Geht's dir gut, Stein? Bist du ein kleiner dummer Köter? Ja. Stein, das war kein Bellen, du Autist, Alter. Mein Gott, Junge. Stein, nur noch bellen, ne? So, Stein, du kannst mir jetzt eine Aufgabe geben, ne? Ja. Ja, okay. Verstehe ich. Nee, du musst mir die Aufgabe schon geben. Stein, also so kann ich dich leider nicht verstehen. Bitte? Ja. Ja, das macht Spaß, Alter. Bau, wau. Ja, Stein? Was, bist du ein kleiner Hund, oder? Bau, wau. Bist du ein Hund? Buff. Ja. Sehr schön, Stein. Das freut mich, Alter. Kann ich jetzt aufhören zu sneaken? Wuff, wuff. Wollen wir handeln? Du darfst wieder normal reden und ich darf wieder entsneaken? Du darfst wieder reden. Darf ich wieder entsneaken? Stein. Du W***, Alter, ich hasse dich. Kleiner W***, Junge, dreckiger Stein. Das ist ein Gegner. Ja, ach, ist da ein Gegner. Komm. Ich kann dir nicht helfen. Ich kann nicht schneller laufen als du. Ja, dann hör auf. Ah, nice. Now we're talking, Stein. Okay, warte kurz. Lenk ihn ab. Slow. Der eine hat auch einen Headshot. Hab den anderen. Easy peasy. Ganz genau. Stein, wenn ich du wäre, würde ich mir die Minis hier mitnehmen und stacken. Mach ich für dich. Na? Das ist der Beste, ich gebe alles mit. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt einfach weggehen. Wohin? Geh weg. Ich brauche aber deine Minis. Äh, nee. Stein, wenn ich du wäre, würde ich mir hinterherlaufen. Ich komme. Ja, sehr schön. Haben wir das da auch schon mal geklärt, oder? Wenn ich du wäre, würde ich schießen. Okay. Gib mir einen Moment. Easy. Sehr schön. Wenn ich du wäre, würden wir jetzt einfach hier eine richtig geile Zeit haben. Was sagst du dazu? Ich hab Lust. Okay, sehr schön. Komm, wir spielen das jetzt gemeinsam wie Profis. Ja, so machen wir das, Stein. Wir beide, okay? Gegen den Rest der Welt. Komm mit, Stein. Komm, wir holen uns jetzt den Win hier. Auf geht's. Leute, wenn ich du wäre mit Alpha-Stein, ist das tatsächlich doch deutlich entspannter, als ich dachte. Sehr schön, Stein. Puh, das war knapp. Eine blöde Frage, Stein. Hast du eigentlich eine Facecam? Also nur mal so ganz aus Interesse. Ja, warum nicht? Okay. Nee, einfach nur so. Ja, ich sag jetzt. Nee, nee, einfach nur so. Einfach nur so. Weil wir können ja da mal skypen oder so zusammen, weißt du? Heute. Ja, ja. Wir haben uns ja schon ein paar Mal getroffen. Dachte ich, das ist eine kleine Session, wo wir miteinander talken. Ja, können wir machen kein Ding. Stein, kriegst du dieses Ding hier aufgesniped? Das hier, das hier? Schieß es auf, schieß es auf, schieß es auf mit der Heavy-Sniper, mit der Heavy-Sniper, mit der Heavy-Sniper. Du Idiot, du Gottverdammter. Schieß es auf, schieß es auf. Ab ein. Haben Fallen gesetzt, vorsichtig. Oben ist eine Falle irgendwo. Hey, sie sind mir zu gut. So, Stein, letzter Gegner. Der wird getrickshuttet, okay? Der ist auf jeden Fall ein kompletter Bot. Ja. Wenn ich du wäre, würde ich disconnecten. Halt's Maul, Stein. Scheiße, wir holen uns jetzt hier in den... Bring dich um. Nein, Junge, wir holen uns jetzt in den Wind. Stein, Dicker. Halt's nicht verdient. Spring runter. Disconnecten oder umbringen. Ja, bring dich lieber um. Und dann kannst du mir zusehen, wie ich gewinne. Oh, mein Gott, Alter. Ich hasse dich so sehr. Ich hasse dich so sehr. Zwei Wins hätten wir holen können in diesem Video. Stattdessen machst du alles kaputt. Stein, ich möchte, dass du uns jetzt gewinnst, ne? Das ist klar. Hoffentlich. Kannst du mich... Stein, wenn ich du wäre, hol mich hoch. Hallo, du musst deine Aufgabe machen. Stein, wenn ich du wäre, hol mich hoch. Stein, Junge. Hehehe. Hehehe, hä? Hehehe, es ist gut, Alter. Hallo, Ribi. Ja? Hey. Jetzt funktioniert es. Hallo? Hallo? Meinst du? Oh, mein Gott. Alle meine Bildschirme sind ausgegangen, Stein. Irgendwie habe ich gerade am Schreibtisch geschlagen und alle meine Bildschirme sind ausgegangen. Ich habe keine Ahnung. Also, ich glaube nicht... Ich habe gewonnen. Ja, sehr schön, Stein. Toll, das war super. Eine wichtige Sache noch. Eine letzte Sache. Dafür, dass du mich gerade hast verrecken lassen. Ich rufe dich jetzt in Discord an, Stein. Und wenn ich du wäre, würde ich ganz kurz meine Facecam anmachen. Nur, dass wir das geklärt haben, ja? Facecam? Ja, deine Facecam. Komm, Stein, bitteschön. Ja, ich meine es ernst. Zeig mir deine sche... Mach deine Facecam an. Stein, wenn ich du wäre, machst du jetzt deine... ...Facecam an. Dankeschön. Ehrlich? Ja, ich sende sie auch alles schön, damit es dir keinen Ärger gibt, Stein. Aber das möchte ich jetzt von dir sehen. Los, mach deine Facecam an. Wirklich? Ja! No shit jetzt. Ja, no shit. Ja, jetzt mach deine... ...Facecam an. Mein Gott, Alter. Ich meine es ernst. Mach deine Facecam an, Stein. Ich will jetzt nicht mehr rumbetteln. Mach deine Facecam an. Ja, okay, wie du willst. Komm, ich will dein süßes Gesicht sehen. Willst du mich f***en, Stein? Junge, das ist f***en Minecraft, Alter. Das ist nicht deine Facecam. Du sollst deine Webcam anmachen, Stein. Das ist Facecam. Das ist nicht deine Facecam, Junge. Du siehst du nicht aus. Ich weiß, wie du aussiehst. Stein, mach deine gottverdammte Webcam an, Alter. Stein. Du hab vergesst. Stein, Junge, mach du mal rein. Das ist so... Okay. Okay, gut. Das wäre es dann auch an der Stelle gewesen. Ich werde nie wieder mit Alphastein, wenn ich du wäre spielen. Grüße gehen raus an Alphastein an der Stelle. Ganz tolle Nummer. Arschwitzig, der Typ. Schaut auf jeden Fall nicht bei ihm vorbei. Das war es von diesem wunderschönen Video und ich verpisse mich jetzt. Ich hab keinen Bock mehr.